Äh, da muss ich auch noch lang. Okay. Was zu essen. Warte mal, ich kann mich doch da wieder hochbeamen. Wenn mich nicht alles täuscht. Dann könnte ich sie doch wieder beleben, hoffe ich. Mhm. Versuchen wir es mal mit dem Hochbeamen. Ist vielleicht, glaube ich, sicherer. Okay. Äh. War das echt so weit? Ich dachte, das wäre direkt da an der Tür gewesen. Naja. Ach so, stimmt. Da war ja auch dieser Zwischenraum. Dieser unglaublich tolle, nette Zwischenraum. Zack. Level up. Mal gucken. Vier Punkte. Okay. Da auf jeden Fall zwei rein. Geben wir immer auch ein bisschen mehr Leben. Hat sie auch ein Level up, oder ist das nur... Ah ja, hat sie. Okay. Ich habe irgendwie keine besonderen Zauberer mehr. But still dreaming. Okay. Diese Rolle ist also voll für ein Apple. Ice Magic 3. Er Magic 4. Also können wir die beiden schon mal anwenden. Und das da unten. Oh. Oh. Ohohoho. Das sieht interessant aus. Achso, wir wollten ja den Text hier noch lesen. It seems I'm not the first prisoner to go through these ancient tunnels. And in case I'm not the last, I have started to write down my thoughts and discoveries. Although I certainly do hope that no one else needs to suffer through these dungeons. Wieder von Torum. Oder Turum. I don't know, was das bedeuten soll. Ähm. Ist vielleicht irgendeine Karte, die ich jetzt sowieso noch nicht verstehe. Äh, achso. Hier. Äh, da. Da wollte ich hin. Wegen Hamham und so. Oh Gott. Meine Nase. Meine Erkältung bringt mich um. Äh. Okay, hinten links wieder. Führen wir es praktisch da fort, wo wir aufgehört haben. Moment. Hä? Okay. Achso. Ja, verstehe. Licht. What? Äh. Äh. Hä? Okay. Ist klar. Äh, hier war das schöne Gefängnis. Ähm, haha, speichern wir mal. So. So. Ein weniger. Zwei weniger. So stark sind die gar nicht. Noch einer weniger? Okay. Hier ist ein Pfeil. Willst du die nicht wieder haben? Da. Ich will den ganzen Crap nicht. Also ich meine, ich horte ja auch ziemlich viel in Skyrim oder so. Aber, äh, das? Nein. So viel horte ich dann auch wieder nicht. So, und hier, bei der Platte muss ich, glaube ich, einfach nur den Stein entfernen. So, und jetzt müssten alle drei Platten von ihrer Last befreit sein, sodass ich getrost jetzt da durch kann. Ja, okay, das habe ich mir gedacht. Habe ich jetzt hier alles erkundet? Ja. Also nochmal speichern, bevor ich mich da rein stürze. Okay, verteilen wir nochmal eine Runde Essen. Hier, da. Da. Nimm. 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 Ähm. Irgendwas, was ich wegwerfen kann. Ich glaube, ich habe genug Fackeln dabei, oder? So. Noch mal ein kurzes Päuschen, damit meine Magierin auch wirklich viel Mana hat. So. Hm. Ah, verstehe. Eine neue Schriftrolle. Wir sind jetzt genau gegenüber von da, wo wir vorher schon mal waren. Okay. Was sagt denn unsere Schriftrolle? The Deaths Beyond Major? Oh mein Gott. Äh, geben wir ihr mal den leeren Sack. Und packen da alle unnützen Schriftrollen rein. Obwohl, warte. Das ist, ähm, Rezept. Was? Restore Energy. Okay, one Flask und Blossom. Let's Blood Drop Blossom. Ah, okay. Ein Mana-Trank, sozusagen. Time and Tide. Das kann ja heiter werden. Ah. Ach, nee. Moment. Anders. So. Ach, nee. Nee. So. Das ist mein einer Stein zum Hinsetzen. 2, 3. Wo ist das? Mitte. Das mittlere von den, äh. Okay. 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 Das bringt mir jetzt nicht wirklich was. Ich müsste mich jetzt erstmal da runter stürzen, um zu gucken, ob das irgendwie... Was ist das? Ja, dann gelang ich in Ebene 5 wieder. War ja nicht bisher die schlechteste Wahl. Nur ist hier nix. Wirklich. Das tut mich jetzt gerade ein bisschen leicht überfordern. Puh. Ich befürchte fast, das kann ich noch gar nicht machen, bevor ich nicht vorne rechts das gemacht habe. What the fuck? What the fuck? Ich will hier weg. Ich will hier weg. Ich will hier weg. Ah. Aha. Wenn ich da langgehe, komme ich sogar vorne rechts raus. Oder nee, ich bin vorne rechts hereingegangen, ne? Wie wäre es mal mit hinten rechts? My dear. Was zum Geier. Oh, was zum Geier. Na. Rechts oder links? Das ist hier die Frage. Speichern wir mal. Jetzt habe ich gefailt. Äh. Ups. Ah, lol. Da habe ich meinen Stein weggebeamt. Ähm. Äh. Muss auch irgendwie das Tor aufkriegen, ne? Mist. Mist. Okay. Wo nicht? Gut. Das ist, das ist fein. Das ist nicht fein. Das ist gut. Okay, dann muss ich da lang. Da. Da. Und da? Hier? Was? Nee. Pfff. Nee. Also nach links war eine schlechte Idee. Nach hinten vielleicht. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Äh. Äh. Also da lang. Äh. Das ist... war. Nöööö. Mist. Gleich hab ich's. Gleich hab ich's. Das war schon mal gut. So. Okay. Ich bin verwirrt. Shit. Also es leuchten nur auf die hinten. Also es leuchten gerade alle bis auf der vor mir. Und der schaltet alle bis auf die hintere beiden ab. Ah, ich lad einfach doch mal das von grad eben. Da waren wir doch schon ziemlich nah an der Lösung. Also dörst du nicht. Ich weiß nicht. Es tut mir keine gesehen, dass du nicht mehr. Dann gib ich das so. Und das ist echt so.